Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mal etwas Neues ausprobieren, was ich mir schon länger vorgenommen habe. Und ich finde, heute ist der optimale Zeitpunkt dafür. Denn heute, auf den Tag vor genau 111 Jahren, kollidierte die Titanic mit einem Eisberg und ging am 15. April 1912 im Nordatlantik unter. Da ich mich, seit ich denken kann, für das Schiff und die Geheimnisse der Titanic interessiere, möchte ich heute einen Titanic-Mysterien-Eisberg für euch erklären. Das Konzept eines Mysterien-Eisbergs ist ziemlich einfach. Auf der ersten Ebene befinden wir uns an der Spitze des Eisbergs und finden dort allseits bekannte und wenig geheimnisvolle Fakten. Stufe 2 befinden wir uns etwas tiefer, aber immer noch über der Wasseroberfläche. Das heißt, auch diese Fakten und Mythen sind noch relativ bekannt. Ab Stufe 3 und 4 befinden wir uns unterhalb der Wasseroberfläche, wodurch es schon um einiges mysteriöser wird. Stufe 5, die letzte Stufe, behandelt dann die wirklich düsteren und nicht allzu bekannten Mysterien. Es gibt viele Geheimnisse, Legenden und gruselige Fakten über den Untergang der Titanic. Ich habe hier einige für euch herausgesucht. Viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen mit Stufe 1. Unsinkbar. Dieses Schiff ist unsinkbar. Nicht einmal Gott könnte es versenken. So sollen es die Konstrukteure der Titanic im Vorfeld der berühmt-berüchtigten Jungfernfahrt gesagt haben. Doch dies stimmt nicht ganz. Nicht die Erbauer der Titanic haben dieses berühmte Zitat ausgesprochen. Es war die internationale Presse, die dieser Tage von dem luxuriösesten Schiff der damaligen Zeit berichtet haben. Viele Menschen sahen darin damals ein böses Omen. Doch wie wir im nächsten Punkt erfahren werden, schienen sich auch die Verantwortlichen der Titanic der Sicherheit ihres Schiffes sehr sicher gewesen zu sein. Nicht genügend Rettungsboote Als die Titanic ihre Reise nach New York antrat, befanden sich auf ihr etwa über 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Nur 712 Menschen überlebten das Unglück. Das heißt im Umkehrschluss, dass fast 1.500 Menschen im eiskalten Atlantik in dieser Nacht ums Leben kamen. Dies lag daran, dass nicht genügend Rettungsboote für alle Passagiere vorhanden waren. Es gab auf der Titanic nur 16 große und vier kleinere Rettungsboote, die insgesamt Platz für 1.178 Personen geboten hätten. Da sich die Besatzungsmitglieder unsicher waren, ob die Boote wirklich die Maximalkapazität an Menschen aushalten würden, wurden viele von ihnen nicht mal annähernd gefüllt zu Wasser gelassen. Um alle Menschen zu retten, hätte es 47 Rettungsboote gebraucht. Der Platz dafür war vorhanden. Doch zu lockere Sicherheitsbestimmungen in der damaligen Zeit und die Sorge, dass die Boote auf den Decks dem Charme und dem luxuriösen Erscheinungsbild schaden würden, sorgten für diese Fahrlässigkeit. Außerdem ging man gemeinhin davon aus, dass es ohnehin niemals zu einer Situation kommen würde, in der jeder Passagier zeitgleich einen Platz in einem Rettungsboot benötigen würde. Olympic und Britannic Dieser Punkt thematisiert lediglich die Namen der Schwesternschiffe der Titanic. Technisch waren alle drei Schiffe der Olympikklasse baugleich. Sie unterschieden sich lediglich minimal in der Inneneinrichtung und Gestaltung der Decks. Edward J. Smith Captain Edward John Smith war seit vielen Jahren für die White Star Line tätig. Er hatte bereits das Kommando auf der Olympic und hatte den Ruf, der Kapitän der Stars zu sein. Viele der Prominenten auf der Titanic buchten ihre Schiffsreisen absichtlich wegen ihm und somit war er für die Jungfernfahrt in Augen der Reederei White Star Line die einzige richtige Wahl. Die Überfahrt nach New York sollte die letzte für Smith sein. Danach plante er, in den Ruhestand zu gehen. Kritik wurde nach seinem Tod laut, da er anscheinend fahrlässig mit den Eisbergwarnungen umging und keine Anstalten machte, die Geschwindigkeit zu drosseln, sondern sich stattdessen lieber um seine prominenten Gäste kümmerte und um jeden Preis eine verspätete Ankunft in New York verhindern wollte. Jedoch verfügte er über eine Menge Erfahrung in dieser Region und verließ sich voll und ganz auf seine Steuerleute und das Personal im Ausguck. Edward J. Smith überlebte den Untergang nicht und starb im Alter von 62 Jahren. Man dressed as woman Zur damaligen Zeit galt bei Schiss und Glücken der Grundsatz Frauen und Kinder zuerst. Aufgrund der wenigen Rettungsboote auf der Titanic und der aufkommenden Panik war dies nahezu ein Todesurteil für die meisten Männer an Bord. Zwar nahmen einige Offiziere beim Befüllen der Rettungsboote diesen Grundsatz nicht ganz so streng, aber im Großen und Ganzen wurde den Männern der Zutritt zu den Rettungsbooten größtenteils verwehrt. Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass zahlreiche männliche Passagiere in ihrer Verzweiflung dazugriffen, sich als Frauen zu verkleiden, um einen Platz im Rettungsboot zu ergattern. Diese Vorgehensweise wurde zwischenzeitlich auch dem Reedereidirektor Booth Ismay vorgeworfen. Doch inzwischen ist man sich einig, dass diese Behauptung ins Reich der Legenden gehört. Charles Leitholler Charles Leitholler war der zweite Offizier auf der Titanic und damit der ranghöchste Offizier, der den Untergang überlebte. Er war einer der Offiziere, die den Grundsatz Frauen und Kinder zuerst sehr, sehr ernst nahmen. So soll er Rettungsboote mit freien Plätzen abgelassen haben, statt wartenden Männern diese Plätze anzubieten. Und gelangte doch ein Mann, unbefugt in ein Rettungsboot, so soll er diese mit gezogener Waffe zum Aussteigen aufgefordert haben. Nach dem Untergang war er einer der wichtigsten Zeugen bei der Untersuchungskommission, die sich mit der Schiffskatastrophe beschäftigte. Auf seinen Vorschlag hin wurden einige wichtige Verbesserungen in der Schifffahrt umgesetzt, die bis heute gültig sind. Zum Beispiel, dass es genügend Rettungsboote für alle Passagiere gibt und zudem regelmäßig Rettungsbootsübungen stattfinden und dass die Funkstation 24 Stunden am Tag besetzt sein soll. Die unsinkbare Molly Brown Die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Margaret Brown wurde als US-amerikanische Frauenrechtlerin bekannt und erlangte späten eingeheirateten Reichtum. Durch den Untergang der Titanic wurde sie weltweit als unsinkbare Molly Brown berühmt. Sie soll zahlreichen Menschen geholfen haben, gerettet zu werden. Und auch im Rettungsboot übernahm sie das Ruder und forderte nach dem Untergang der Titanic den Offizier dazu auf, zur Unglückstelle zurückzurudern, um Überlebende aus dem Wasser zu retten. Zurück in Amerika ließ sie ein Titanic-Denkmal in Washington D.C. errichten, das heute noch dort steht. SOS Bis ins Jahr 1912 war der international geläufige Funknotruf CQD, welches als Beckonym für Come Quick a Danger gesehen werden kann. Also kommt schnell, Gefahr. Diesen Notruf hat auch die Titanic abgesetzt. Als sich die Lage jedoch zuspitzte und der Untergang immer näher rückte, entschieden die Funker der Titanic gemeinsam mit Captain Smith, den zur damaligen Zeit neuen und experimentellen Notruf SOS, Save Our Souls, auszuprobieren. Damit war die Titanic das erste Schiff, welches jemals diesen Funkbruch verwendet hatte. Nach dem Untergang wurde SOS bis heute zum allgemeingültigen Notsignal. A Night to Remember A Night to Remember, oder Die letzte Nacht der Titanic, ist ein Buch des Schriftstellers Walter Lord aus dem Jahre 1955. In diesem Buch wurden erstmals sehr detaillierte Zeugenberichte von Überlebenden veröffentlicht und boten somit erstmals einen tieferen Einblick in die letzten Momente des Schiffes und wie die Überlebenden diese wahrnahmen. Das Buch diente außerdem als Vorlage für den 1958 erschienenen gleichnamigen Film. Dies war der letzte Punkt in der ersten Ebene des Eisbergs. Nun begeben wir uns einen Schritt tiefer in die zweite Stufe. Die Stewardess Violet Jessop war eine Stewardess der White Star Line und eine Überlebende des Untergangs der Titanic. So weit, so gut. Doch das wirklich Unheimliche an Violet Jessop ist, dass sie bereits ein Jahr vor dem Unglück an Bord der Olympik, dem Schwesternschiff der Titanic war, als dieses mit einem britischen Kreuzer kollidierte und stark beschädigt wurde. Doch damit noch nicht genug. Im Ersten Weltkrieg arbeitete Jessop als Krankenschwester für das britische Rote Kreuz. Sie wurde im November 1916 an Bord der Britannic, ebenfalls ein Schwesternschiff der Titanic, stationiert. Im griechischen Mittelmeer kam es dann zu einer Katastrophe. Die Britannic lief auf eine mutmaßlich deutsche Seemine auf und sank aufgrund der Explosion. Auch diesem Unglück konnte Violet Jessop in letzter Minute entkommen. Der erste Titanic-Film Dorothy Gibson war eine Schauspielerin, Tänzerin und zeitweise Sängerin, welche 1912 sehr berühmt für ihre Auftritte am Broadway und Mitwirken in einigen amerikanischen Stummfilmen war. Sie reiste erster Klasse mit der Titanic und entkam mit ihrer Familie im ersten Rettungsboot, das zu Wasser gelassen wurde. Nur einen Monat nach dem Untergang arbeitete sie als Drehbuchautorin an dem Kurzfilm Saved from the Titanic mit, in welchem sie selbst auch mitspielte. Ihre Rolle war es, sich selbst zu spielen. Zudem trug sie in dem Film auch das Kleid, welches sie Wochen zuvor beim realen Untergang der Titanic getragen hatte. Die Reichen der Titanic Auf der Titanic traf sich die High Society der damaligen Zeit. Hochrangige Industrielle, Film- und Theaterstars, Sportler, Modedesigner, Autoren und Milliardäre. Sie alle wollten bei der Jungfernfahrt der Titanic dabei sein. Zu den berühmtesten Passagieren zählen unter anderem John Jacob Astor, der als Schriftsteller, Erfinder und vor allem als Mitbegründer des Waldorf Astoria Hotels in New York bekannt und reich wurde. Benjamin Guggenheim war ein nicht weniger bekannter Bergbauunternehmer, der sich ein großes Vermögen aufbauen konnte. Beide starben bei dem Untergang der Titanic. Ebenso starben Isidor Strauss und seine Frau Ida. Isidor war Mitbegründer der Kaufhauskette Macy's und außerdem einflussreicher Politiker im US-Repräsentantenhaus. Politisch ebenfalls eine einflussreiche Person war Archibald Budd, welcher als Militärberater unter dem US-Präsidenten Theodore Roosevelt und später William Taft diente. Auch er überlebte die Katastrophe nicht. Die wohl damals prominentesten Passagiere waren Sir Cosmo und Lady Lucy Duff Gordon sowie Noelle Leslie, Gräfin von Rottes. Während Lady Lucy Duff Gordon eine angesagte Modedesignerin war und als Erfinderin der modernen Fashion-Shows gilt, war die Gräfin von Rottes eine berühmte Adelige und enge Bekannte des englischen Königshauses. Sowohl die Gräfin als auch Lady Duff Gordon und ihr Mann überlebten den Untergang der Titanic. Aufgrund der zahlreichen, einflussreichen Personen, die in dieser Nacht starben, sind viele, was wäre wenn, Gedankenspiele entstanden, die sich damit beschäftigen, wie der Lauf der Geschichte wohl verlaufen wäre, wäre die Titanic niemals untergegangen. Sehr spannend, wie ich finde. Das Verschwinden der Titanic bis 2030 Wenn man sich den aktuellen Zustand des Wracks anschaut und den Zerfall über die Jahre seit ihrer Entdeckung berücksichtigt, so gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Titanic im Jahr 2030 größtenteils verschwunden sein wird und nur noch einen schwer identifizierbaren Haufen Rost hinterlässt. Arbeitsbedingungen Der Bau der Titanic dauerte fünf Jahre. Insgesamt 14.000 Menschen waren daran beteiligt, das gewaltige Schiff zu erbauen. Während dieser Zeit fanden zwölf Menschen in der Schiffswerft ihren Tod. Insgesamt 246 Unfälle sind bekannt, 28 davon mit sehr schwerem Ausgang, bei denen die Arbeiter zum Beispiel Arme oder Beine verloren. Auch auf der Jungfernfahrt waren die Bediensteten der White Star Line teils furchtbaren Arbeitsbedingungen ausgesetzt, doch diese waren zur damaligen Zeit der Standard. Zu betrunken für den Tod Der Chefbäcker der Titanic, Charles Eugene, war während der Kollision mit dem Eisberg außer Dienst und befand sich in seinem Privatraum. Nachdem er erfuhr, was passiert war, machte er sich daran, die Rettungsboote mit Brot und Proviant auszustatten. Anschließend half er vielen Frauen und Kindern in die Rettungsboote einzusteigen. Immer wieder zwischendurch soll er größere Mengen Likör und Gin getrunken haben. Vielleicht gegen die Kälte. Vielleicht auch, um die aufkommende Panik in den Griff zu bekommen. Nachdem alle Rettungsboote abgelegt hatten, begab sich Eugene zum Heck der Titanic. Er wollte so lange wie irgendwie möglich auf dem Schiff bleiben. Als das Schiff unter die Wasseroberfläche sank, sei er nach eigenen Aussagen einfach abgestiegen wie aus einem Fahrstuhl. Nicht einmal seine Haare sollen nass geworden sein. Eugene wurde aus dem kalten Wasser gerettet und überlebte nahezu unverletzt. Er sagt selbst, er habe von der Kälte nichts gespürt. Das letzte Lied der Schiffsband Dies ist vermutlich einer der bekanntesten Legenden, wenn man über den Untergang der Titanic spricht. Die Schiffsband der Titanic unter Leitung von Wallace Hartley, welche bis zum Schluss an Deck der Titanic Musik spielte, um die Leute in ihrer Panik zu beruhigen. Augenzeugenberichten zufolge fand dies tatsächlich so statt. Und das letzte Lied, welches die Band weniger Augenblicke vor dem endgültigen Versinken des Schiffes gespielt haben soll, war Nearer My God to See, einem damals sehr beliebten englischen Kirchenlied. Seid ihr bereit, unter die Wasseroberfläche zu tauchen und die nächste Stufe des Eisbergs zu erkunden? Los geht's! Der Grand Staircase-Unfall Am 14. April Am 14. April, Stunden vor der Kollision mit dem Eisberg, soll ein Passagier schwer die große Treppe der Titanic hinuntergestürzt sein. Mehr konnte ich jedoch zu diesem Punkt leider nicht auswendig machen. Mit dem Roman Futility oder auch The Whack of the Titan beschreibt der Autor Morgan Robertson eine Reise des als unsinkbar geltenden Transatlantik-Dampfers Titan, welcher auf seiner Überfahrt von New York nach Southampton in April mit einem Eisbär kollidiert und sinkt. Aufgrund zu weniger Rettungsboote kommt der Großteil der 3000 Passagiere in dieser Nacht ums Leben. Klingt vertraut, oder? Hat sich Morgan Robertson ein bisschen zu sehr vom Untergang der Titanic inspirieren lassen? Nein, der Roman wurde im Jahr 1898 veröffentlicht, 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic. Nazi-Titanik Im Jahre 1943 drehten die Nationalsozialisten einen anti-britischen Propagandafilm über den Untergang der Titanic. Dafür wurden deutsche Passagiere und Besatzungsmitglieder erfunden, die es in Wahrheit niemals gegeben hat. Diese waren die Helden der Geschichte. Im Gegensatz zu den britischen Figuren, wie zum Beispiel Captain Smith oder Booth Ismay, die durchweg als korrupte, hinterhältige Antagonisten dargestellt wurden. Auch wurde die für Nationalsozialisten übliche Judenfeindlichkeit stark in den Film integriert. Wenn euch dieser Film interessiert, er ist hier auf YouTube zu finden. Google Earth Wenn man sich in Google Earth an die Unglückstelle im Atlantischen Ozean begibt, kann man ein 3D-Model des Schiffswracks unter Wasser begutachten. Dieses Feature finde ich eigentlich ziemlich cool und ich finde, es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. German Submarine Es gibt eine Theorie, die besagt, die Titanic sei, absichtlich oder unabsichtlich ist nicht näher erläutert, von einem deutschen U-Boot versenkt worden. Diese Theorie gilt aber als haltlos, da es keine Anzeichen für einen U-Booteinsatz gibt, Augenzeugen den Eisberg gesehen haben und Großbritannien und Deutschland zu dieser Zeit auch nicht in einen Krieg miteinander verwickelt waren. 4. Explosionen Zeugenberichten nach zu urteilen, hörten die Menschen auf der Titanic und in den Rettungsbooten während des Untergangs insgesamt vier laute Explosionen. Dies befeuerte die Verschwörungstheorien, dass das Schiff absichtlich versenkt wurde. Doch die Wahrheit ist vermutlich eine andere. Die Geräusche könnten sowohl vom Auseinanderbrechen des Schiffes stammen, als auch vom Meereswasser, welches ins Innere des Schiffes eindrang und dort in den Antriebskesseln eine Art Hitze-Explosion erzeugt haben könnte. Geheime Militärmission Der Ozeanograf Robert Ballard wurde vom US-Militär damit beauftragt, zwei im Atlantik versunkene Atom-U-Boote der US-Marine aufzuspüren. Diesen Auftrag nutzte Ballard, um quasi nebenbei seinen Traum von der Entdeckung der Titanic nachzugehen. Ballard fand die beiden gesuchten U-Boote und hatte noch finanzielle Mittel und Zeit übrig, um seiner wahren Herzensangelegenheit nachzugehen. Und dieses Unterfangen wurde mit Erfolg gekrönt. Am 1. September 1985 entdeckte er das Wrack der Titanic auf dem Grund des Nordatlantiks. Dadurch konnte er sich einen Namen als Schiffsentdecker machen und fand ein paar Jahre später unter anderem auch das Wrack der Bismarck, einem im Zweiten Weltkrieg gesunkenen Schlachtschiff der deutschen Kriegsmarine. Der Fluch der Titanic Die White Star Line verzichtete bei der Olympikklasse auf die übliche Schiffstaufe. Dies sahen gläubige Menschen als Gotteslästerung und schlechtes Omen. Auch wurde fälschlicherweise behauptet, die Seriennummer der Titanic sei die Zahl 390904. Und wenn man diese auf den Kopf stellen würde, könnte man No Pope lesen. Also keinen Papst. Dies zusammen mit der allgegenwärtigen Aussage, das Schiff sei unsinkbar, wurde zum Beweis genommen, dass die Titanic Gottes Zorn auf sich gezogen habe und deshalb unterging. Griechische Mythologie Diese Theorie besagt, dass das Schicksal der Titanic und ihrer beiden Schwesternschiffe aufgrund ihrer griechischen Namen vorherbestimmt war. Die Titanic wurde nach den Titanen benannt, welche nach einem Krieg gegen die Götter des Olymps auf ewig in der Unterwelt gefangen gehalten wurden. So wie auch die Titanic nun auf dem Grund des Ozeans gefangen gehalten wird. Die Britannic hieß ursprünglich einmal Gigantik und wurde nach dem griechischen Mythos der Giganten benannt. In der Legende heißt es, dass die Giganten in einem Krieg zerstört wurden. Und auch die Britannic fand ihr Ende im Ersten Weltkrieg. Die Olympic ist offensichtlich nach den Göttern des Olymps benannt worden, welche in der griechischen Mythologie nach dem Sieg gegen die Titanen über die griechische Welt herrschten. Die Olympic ist das einzige Schiff der Olympikklasse, welches niemals gesunken war. Edward J. Smiths Tod Um den Tod von Edward J. Smith ranken sich viele Mythen und Geheimnisse. Einige behaupten, er sei zuletzt allein auf der Brücke gesehen worden, als dort bereits das Wasser eingedrungen ist. Andere wollen ihn später noch an Deck zusammen mit Thomas Andrews, dem Schiffskonstrukteur, gesehen haben wollen. Wieder andere berichten davon, dass er in der Nähe eines der Faltrettungsboote gesehen wurde und vergeblich versuchte, einen Platz darin zu bekommen. Seine Leiche wurde nie gefunden, sodass dieses Rätsel niemals endgültig geklärt werden kann. Crewmate Suicide Im Film Titanic von 1997 nimmt sich der erste Offizier Murdoch im Laufe des Untergangs nach einer Verkettung unglücklicher Umstände das Leben. Dies jedoch ist eine Erfindung von Regisseur James Cameron. Es gibt keine Berichte darüber, dass sich in jener Nacht wirklich jemand an Bord der Titanic das Leben nahm. Und nun, haltet euch fest, wir begeben uns noch eine Stufe tiefer. Die folgenden Punkte in der Ebene 4 sind wirklich mysteriös und gruselig. Der Fluch der Mumie An Bord der Titanic soll sich eine ägyptische Mumie befunden haben, welche von London nach New York überführt werden sollte. Viele Leute waren der Meinung, dass auf dieser Mumie ein Fluch lag und die magischen Kräfte dieser, die Steuerleute der Titanic dazu gebracht haben sollen, ins Unglück zu treiben. Diese Theorie gilt jedoch als widerlegt, da es keinerlei Beweise dafür gibt, dass sich wirklich eine Mumie auf dem Schiff befand. Jedoch mindestens ein altägyptisches Artefakt befand sich tatsächlich auf dem Schiff. Molly Brown soll von ihrer Ägyptenreise ein sogenanntes Uschepti, eine kleine Statue in Form eines Pharaonensarkophags, welches häufig als Grabbeigabe zu finden war, als Glücksbringer mitgebracht haben. Vielleicht ist also am Fluch der Mumie doch etwas dran. Wer weiß. Der Titania Vorfall 1935 Im Jahre 1967 berichtete der ehemalige Matrose William Weaves von einem 32 Jahre zurückliegenden Vorfall auf hoher See. So soll er damals auf einem Dampfschiff namens Titania, welches Kohle von England nach Kanada beförderte, an der Unglücksstelle vorbeigekommen sein, an der 1912 die Titanic unterging. In dem Moment soll Weaves eine Vorahnung gehabt haben und rief dem Steuermann der Titania zu, das Schiff anzuhalten, da Gefahr drohe. Dieser befolgte diesen Befehl und tatsächlich soll sich vor dem Schiff ein Eisberg aufgetan haben. Doch durch das schnelle Handeln konnte eine Kollision vermieden werden. Damit aber noch nicht genug. William Weaves wurde am 15. April 1912 geboren, dem Tag, an dem 1500 Menschen beim Untergang der Titanic ihr Leben lassen mussten. Die Tiere der Titanic Habt ihr Haustiere? Einen Hund? Oder eine Katze? Damals wie heute war es üblich, seine Haustiere auf Reisen mitzunehmen. So auch auf der Titanic. Insgesamt ca. zwölf Hunde, eine Katze, mehrere Hühner und Hähne sowie ein Kanarienvogel sollen an Bord der Titanic gewesen sein. Zudem gab es unzählige Ratten, ein damals häufiges Problem auf jedem Schiff. Folgende Geschichten habe ich zu diesem Thema gefunden. Die Schiffskatze Jenny Es war zur damaligen Zeit üblich, eine Schiffskatze an Bord zu haben. Diese sollte sich um die Rattenpopulation kümmern und befand sich in Obhut des Küchenpersonals. So auch auf der Titanic. Titanic Ein Küchenjunge namens Jin nahm sich Ira an und versorgte Jenny und ihre kurz vor Abfahrt der Titanic geborenen Kätzchen mit Küchenabfällen. Das Schicksal von Jenny und ihren Kätzchen ist nicht vollends gelöst. Es gibt Berichte, dass die Tiere definitiv auf dem Schiff waren und beim Untergang ums Leben kamen. Aber es gibt auch Aussagen, dass Jenny mit ihren Kleinen das Schiff in Southampton verlassen habe, was als böses Omen gedeutet wurde. Denn eine Überfahrt ohne Bordkatze verheißt großes Unglück. Für den 15. April war auf der Titanic eine große Hundeshow geplant. Über Nacht wurden die Tiere in einem großen Käfig unter Deck gehalten. Während des Untergangs wurden die Hunde aus ihrem Zwinger befreit. Niemand weiß so wirklich von wem. Es gibt nur Augenzeugenberichte, dass die Tiere auf dem Deck, das schon extreme Schieflage hatte, panisch auf und ab liefen. Nur drei von zwölf Hunden überlebten den Untergang. Die dritte, wirklich traurige Geschichte handelt von der Passagierin Anne Elizabeth Isham und ihrer deutschen Bulldogge. Isham bat die Offiziere an den Rettungsboten, ihren Hund mitnehmen zu dürfen. Dies wurde ihr jedoch verwehrt. Daraufhin entschloss die Frau, aus Liebe zu ihrem Hund an Bord der Titanic zu bleiben und mit ihm gemeinsam zu sterben. Wenige Tage später wurde eine Leiche mit einem großen Hund im Arm im Meer treibend gefunden. Und man geht davon aus, dass es sich dabei um Anne Elizabeth Isham und ihre Bulldogge handelte. Nach dem Untergang haben hunderte Überlebende und Angehörige der Opfer die Reederei White Star Line auf Schmerzensgeld verklagt. Die White Star Line war zunächst nicht zu Zahlungen bereit. Vier Jahre ging der Rechtsstreit und letztendlich wurden pro Kopf gerade einmal 430 US-Dollar ausbezahlt. Versicherungsbetrug Eine weit verbreitete Verschwörungstheorie besagt, dass die Titanic niemals untergegangen sei, sondern vorab mit ihrem Schwesternschiff Olympic ausgetauscht wurde, um die Versicherung der White Star Line zu betrügen. Nach dem Unfall der Olympic im Jahre 1911 war das Schiff schwer beschädigt und die Versicherung wollte dafür nicht aufkommen. Dies bedeutete einen schweren finanziellen Schaden für die White Star Line und so sollen sie infolgedessen auf die Idee gekommen sein, die Identität der Olympic mit der gerade im Bau befindlichen Titanic auszutauschen. So könnte man die beschädigte und sanierungsbedürftige Olympic als Titanic auf Jungfernfahrt schicken, absichtlich versenken und die volle Versicherungssumme kassieren, während die nagelneue Titanic fortan als Olympic fortbestehen kann. Der Großbankier John Piermont Morgan, dessen JP Morgan Bank heute noch relevant ist, soll in diese Pläne eingeweiht worden sein, woraufhin er sein Ticket für die Jungfernfahrt der Titanic stornierte. Nach intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen gilt es aber heute als 100% gesichert, dass in jener Nacht wirklich die originale Titanic in den Fluten des Meeres versank. Rearranging the Deckchairs on the Titanic Also in etwa die Stühle an Deck der Titanic wieder in Ordnung bringen, ist ein englisches Sprichwort, welches seit den 60er Jahren geläufig ist für zwar gut gemeinte, aber hoffnungslose Versuche, eine bereits begonnene Katastrophe abzuwenden. Es gibt jedoch Berichte darüber, dass einige Stewards und Stewardessen während des Untergangs der Titanic unter Schock standen und, obwohl der Untergang nicht mehr zu leugnen war, einfach ihre Arbeit weitergemacht haben und alles versucht haben, im Chaos der panischen Menschen weiter für oberflächliche Ordnung zu sorgen. Und nun ist es soweit. Wir haben die tiefste Stufe des Eisbergs erreicht. Die Stufe 5. Das Schicksal des Zeitungsjungen Dieses Bild zeigt den jungen Ned Parfett vor den Büros der White Star Line in London, am Morgen nach dem Untergang der Titanic. Es ist eines der bekanntesten Bilder aus den Tagen nach dem Untergang, als die Bevölkerung an Land von der Tragödie erfuhr. Nur sechseinhalb Jahre nach dieser Aufnahme starb Ned Parfett im Dienst der britischen Armee in Frankreich durch deutsche Hand. Zwei Wochen bevor der Erste Weltkrieg beendet wurde. Er wurde nur 22 Jahre alt. Winnie Coates & Edward J. Smith on an Iceberg 1990 ging eine Schlagzeile um die Welt, in dem der Kapitän eines Fischerbootes darüber berichtete, dass seine Crew eine junge Frau von einem Eisberg mitten im Atlantik gerettet habe. Diese Frau behauptete, sie sei Winnie Coates und einen Abend zuvor mit der Titanic untergegangen, obwohl das Unglück 78 Jahre zurück lag. Sie konnte sich an sämtliche Details erinnern und auch ihre Kleidung stimmte mit der von 1912 überein. Winnie Coates wurde anschließend nach Finnland gebracht und dort einigen Ärzten übergeben, die weitere Untersuchungen mit ihr anstellten. Diese kamen zu dem Entschluss, dass die Frau womöglich wirklich die Wahrheit sagt. In der darauffolgenden Zeit wurde sie vom CIA abgeholt und in eine Sicherheitsbasis gebracht, wo sie berichten zufolge innerhalb kürzester Zeit rapide gealtert und rasch verstorben sein soll. Nur ein Jahr später, nachdem Winnie Coates geborgen worden sein soll, will dasselbe Fischerboot erneut einen Titanic-Überlebenden von einem Eisberg in der Region des Nordatlantiks geborgen haben. Dabei soll es sich um niemand Geringeres als Captain Edward J. Smith handeln. Der Mann auf dem Eisberg trug die typische Kapitänskleidung der damaligen Zeit und angeblich stimmten sogar die Fingerabdrücke überein, sodass kein Zweifel daran bestand, dass dies wirklich Edward J. Smith war. Auch er soll sich lebhaft an den Untergang erinnert haben und davon überzeugt gewesen sein, dass es am Vorabend geschah. Über seinen weiteren Lebensverlauf ist jedoch nichts weiter bekannt. Es liegt nahe, dass das Ganze ein großer Fake ist. Aber was denkt ihr? Es gibt ja einige Berichte über sogenannte Timeslips und Zeitreisen. Vielleicht entspricht diese Geschichte ja doch der Wahrheit. Das vergessene Rettungsboot Einen Monat nach dem Untergang wurde 200 Meilen von der Unglückstelle entfernt ein fast leeres Rettungsboot im Atlantik treibend gefunden. In diesem Boot befanden sich nur noch die Leichen von drei männlichen Passagieren der Titanic sowie ein herrenloser Ehering. Man geht davon aus, dass es sich dabei um das Faltboot A handelte und die Leichen von den Überlebenden, die an der Unglückstelle ins Faltboot D gerettet wurden, einfach zurückgelassen wurden. Der Geist von Las Vegas Mitten in Las Vegas, in einem großen Hotel- und Casino-Komplex, befindet sich eine der besten Titanic-Ausstellungen der Welt. In diesem Museum werden viele Original-Artefakte, welche vom Wrack geborgen wurden, ausgestellt. Zudem gibt es einige originalen Nachbauten von Orten auf dem Schiff, so zum Beispiel einige Schlafräume und auch die berühmte große Freitreppe. Und eben bei dieser Treppe soll ein Geist sein Unwesen treiben. So berichten mehrere Mitarbeiter und Besucher des Museums von einer geisterhaften weißen Dame, die sie dort gesehen haben wollen. W.T. Steads Vorahnungen W.T. Stead war ein berühmter englischer Journalist und Buchautor, der beim Untergang der Titanic ums Leben kam. Er war dem Spirituellen zugetan, und so schrieb er in den Jahren vor dem Untergang mehrere Zeitungsartikel und Kurzgeschichten, die sich mit Szenen eines fiktionalen Schiffuntergangs beschäftigten. Angeblich wurde ihm 20 Jahre zuvor von einer Wahrsagerin die Katastrophe prophezeit. Seit jenem Tag litt er unter großer Angst, eines Tages auf hoher See sterben zu müssen. Dennoch begab er sich an Bord der Titanic. Als sie sank, soll Stead seelenruhig auf einem Stuhl gesessen und gelesen haben. Er habe sein Schicksal akzeptiert und keine Bemühungen angestellt, sein Leben womöglich doch noch zu retten. Zudem war Stead anscheinend auf dem Weg in die USA, um dort einige wichtige politisch relevanten Reden für den Erhalt des Weltfriedens zu halten. Zwei Jahre nach dem Untergang der Titanic brach der Erste Weltkrieg über die Welt. Wer weiß, wie die Geschichte sich entwickelt hätte, wenn er es in die USA geschafft hätte. Damit sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Es war mal etwas Neues und mich würde sehr interessieren, ob ihr diese Art von Content mögt und ob ihr gerne weitere Mysterien-Eisbeck-Videos in Zukunft sehen wollt. Oder vielleicht sogar einen zweiten Teil zu Titanic. Denn da gibt es noch viel mehr Mysterien zu entdecken. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Themen euch sonst so interessieren. Und lasst mir auch gerne ein Like oder ein Abo da. Das hilft dem Kanal, weiter zu wachsen. In diesem Sinne, bis bald!